ja hallo und einen wunderschönen guten tag bei einer neuen folge unserer inzwischen ja schon serie musik macht mut gespräche dieses mal freut es uns dass wir einen bassisten am start haben denn wir haben ja schon jetzt inzwischen einige gitarristen und eine gitarristin dabei gehabt in unseren gesprächen und heute geht es endlich mal auch um den bass und zwar auch tatsächlich darum wie man denn so am besten seinen eigenen authentischen bass sound findet ja und in diesem sinne begrüße ich auch jetzt dann den markus von der band blackout problems hallo grüß euch mal marcus ich würde dann auch schon gleich so mit der ersten frage denn auch gleich anfangen ja voll gern was macht denn für dich so den perfekten bass sound aus und wie definierst du den für dich also für mich persönlich ist es so dass ich schon relativ lange auf der suche war nach dem was ich möchte und wie so ein bass klingen soll für mich also bringen jetzt mal gerade von einem seiteninstrument also was gibt es ja doch auch in vielen sparten aber jetzt als seiteninstrument war es für mich schon so ein bisschen der reise dahin wo ich wo ich mit dem sound hin möchte und ich habe festgestellt dass es nie den perfekten bass sound so im generellen gibt sondern es ist immer sehr sehr abhängig davon in welcher konstellation man als band spielt und was er eigentlich tun soll dieser bass soll er viel mehr im vordergrund sein soll er eigentlich nur eine fläche bieten gerade wie im hip hop oder so wo ja doch trap bässe sehr sehr tief unten funktionieren und einfach nur druck vermitteln und dann zum beispiel den rock oder den punk wo dann doch eher viel mit in den höhen passiert wo man dann sehr viel akzente mitbekommt und bei mir ist es tatsächlich in der mitte also ich habe ich habe mir über die jahre so ein so ein paddleboard zusammengestellt wo ich mit verschiedenen geräten einfach genau die mitte gefunden habe dass ich doch untenrum sehr viel schub gebe aber trotzdem obenrum mit hohen mitten quasi viel viel akzente dazu gebe und das ist so seit seit einiger zeit seit zwei drei jahren so der perfekte sound den ich für mich definiert habe innerhalb der band das hört man tatsächlich auch so auf euren konzerten wie ich durfte ja mal bei einem super konzert im backstage in münchen dabei sein genau das ist wirklich auffällig ja du hast gesagt du machst da jetzt schon lange mit deinem sound so rum bist da jetzt schon lange unterwegs die perfekte einstellung für dich zu finden seit wann ist das denn dann wann hast du denn da angefangen also ich habe angefangen in seiten instrument in die hand zu nehmen da war ich zwölf und da war es erst mal so kann ich irgendwas richtig spielen natürlich und dann ging das jahrelang und dann hat man sich erst mal überhaupt keine also ich persönlich habe mir keine gedanken gemacht ja wie klinken das jetzt eigentlich hauptsache ich spiel halt richtig so und bis man dann mal bis ich an den punkt gekommen bin wo ich mir gesagt habe okay wie möchte ich innerhalb der band funktionieren und was soll was soll der bass zum beispiel innerhalb der band blackout problems tun da vergingen ein paar jahre also ich würde sagen so so seit ich glaube 2012 oder so habe ich dann so wirklich intensiv daran gearbeitet und versucht eben mein sound zu finden und das hat dann so so zwei jahre gedauert vielleicht auch drei bis ich dann auch die richtigen geräte gefunden habe weil im studio ist es ja noch mal was anderes ich meine dann nimmst du die box und nimmst deine deine spur auf dein signal und dann kannst du basteln bis zum bis zum bis in die unendlichkeit blöd gesagt aber live muss es halt auf den ersten ton sitzen und die richtigen effekte und instrumente dafür zu finden hat hat einfach ein bisschen gedauert deswegen ja genau das ist dann ja auch so extrem viel learning by doing macht die sache natürlich auch interessant und ist natürlich jetzt auch gerade für die leute die jetzt zu hause sitzen bassistinnen bassisten die zu hause sitzen und jetzt vielleicht auch mal die zeit haben so einfach so ein bisschen so über ihren bass sound noch weiter nachzudenken und dinge zu auszuprobieren und zu überlegen weil ja auch für jede band der bass wie du schon sagst irgendwie was anderes bedeutet was bedeutet er denn jetzt für die band blackout problems also wir wir haben so ein bisschen zwei seiten beim bass also wir haben ja immer schon oder in den letzten jahren sehr viel elektronik in unseren sound entwickelt und dadurch haben wir da eben einfach zwei verschiedene sparten quasi wir haben einmal diesen punkigen rotzigen bass sound als seiteninstrument und wir haben aber auch synthetizer sound bass synthetizer sound und ich kann mit meinem effekt bord was ich euch dann einfach mal zeigen kann auch habe ich es geschafft so mit mit ein paar pedalen einen sehr sub bassigen sound zu konstruieren also quasi was halt eher in der elektronik funktioniert was dann auch live so für die tiefen druckvollen besser funktioniert das habe ich geschafft aber andererseits habe ich natürlich auch noch so ein bisschen in den keyboard investiert in was sind das sei sein analogen der jetzt auch auf unseren live shows und die hoffentlich bald auch wieder stattfinden können natürlich noch mal mit viel mehr mit viel mehr druck unten rum kommt weil ein seiteninstrument ist ja immer ein sehr also da ist jeder schlag ist theoretisch anders und physisch und bei einem bei einem bass synthesizer abgesehen jetzt mal von der anschlag dynamik ist es ja doch immer relativ konstant weil es gibt die oszillatoren die da drin funktionieren und wenn du die einmal so einstellst wie sie wie du sie dir wünschst dann ist das immer der sound und bei einem bass ist natürlich dann gibt es so viele einflüsse wie spielst du mit den fingern oder spielst du vielleicht mit einem pick also mit einem plektrum oder wie schlecht wie fest schlägst du anders sind viel mehr einflüsse deswegen kann es auch immer sein dass es ein bisschen anders klingt genau und für den für diesen fall habe ich einfach zwei sachen live auf der bühne ja ja und ich glaube damit spiegelst du auch das wieder was finde ich auch die band blackout problems ausmacht irgendwie so diese mischung aus moderne und traditionen ja und ich meine da hat man teilweise ebenso leicht trip hoppige elemente irgendwie im hintergrund und auf der anderen seite hat man eben dann rock oder punk rock elemente und die mischung macht dann auch irgendwie aus und die mischung ist natürlich dann auch zeigt sich auch in den zutaten die du für deinen bass sound und für den bass mix verwendet wie machst du das denn ich würde dazu mal hier mein padel bord das habe ich nämlich schon aufgebaut das würde ich mal zeigen ich hoffe das funktioniert so über so eine webkamera und zwar mein signal weg ich strecke mal das so hin das ist in ordnung so ist es so ich gehe halt also das hier ist einfach nur mein stimmgerät hier vorne das ist so ein boss stimmgerät dann gehe ich in den in ein kompressor der komprimiert quasi mein eingangs signal von meinem von meinem bass sound das ist quasi an fettnis und und konstant konstante gewinnt dann gehe ich hier unten in ein preamp von dark glass das ist so damit nehme ich den crunch quasi in meinen sound rein also das ist so ein bisschen verzerrte aber nicht zu viel damit zahlt an an nicht an attack verliert und dass man die anschläge auch einfach hört und von da aus also das ist quasi dann mein grund sound das komprimierte signal in diesen preamp und dann habe ich noch zwei effektgeräte mit denen ich so diesen suppigen trappigen sound generiere das ist hier einmal ein muck pedal das ist eigentlich ein verzerrer ein gitarren verzerrer den habe ich mir aber vor ein paar jahren mal geleistet und habe mir gedacht hey das was macht er denn eigentlich auf dem bass und habe dann rumprobiert und wenn man hier diesen filter dieses grüne rädchen runter dreht dann passiert was ganz lustiges nämlich das dass es nicht mehr richtig verzerrt sondern einfach einen sehr elektronischen sound gibt und das ist natürlich genau das was ich gesucht habe zu dem zeitpunkt was dann mit diesem mit diesem gerät hier auch wiederum von darglas das ist ein fass mit dem kann ich dann die die länge der noten also wie ist das tagen nennt man das kann ich dann so und den release kann ich so ein bisschen variieren also ich kann dann quasi sehr sehr lange töne spielen also mit einem anschlag und das ist natürlich bei einem seiteninstrument nicht normal und macht es umso schöner weil dann spiel ich einmal an und dann kann ich 30 sekunden so ein ton halten und das ist halt für ein für ein bassisten cool wenn du so eine fläche machst sozusagen mit deinem ton genau und das ist ja mein mix wow also finde ich auch klasse dass du jetzt sozusagen deine geheimnisse des bass sounds in anführungszeichen auch so ein bisschen hier deine tipps und tricks und erfahrungen so ein bisschen darlegt für leute die sich dafür interessieren und da jetzt eben gerade am tüfteln sind finde ich super spannend und ich glaube in dem sinne ist eigentlich auch schon wirklich soweit alles gesagt ich denke ich spreche in deinem sinn auch wenn wenn ich sage dass falls jetzt leute irgendwie fragen haben sollten dass sie sich dann gerne auch einfach an dich an die band blackout problems wenden können oder einfach jetzt sachen hier dann auf facebook ins kommentarfeld schreiben ansonsten gibt es eure webseite es gibt eure social media kanäle und ich denke mal da seid ihr auch immer gerne bereit jederzeit gerne immer her mit den fragen sehr gerne also wirklich hat mich sehr gefreut finde ich war klasse das alles mal so mitzubekommen und ich bin gespannt auf die reaktionen lasst uns einfach in diesem sinne weiter in kontakt bleiben und vor allem dir und den jungs von blackout problems wenn du sie mal wieder siehst schönen gruß und gute gesundheit hey danke euch auch vielen dank für die zeit alles gut markus war's gut ciao tim